Ich habe einen Anruf bekommen. Von Ihnen. Von Ihnen? Ja. Sein Name ist Berjama. Berjama. Es ist an der Zeit, Ihnen zu sagen, dass es sich hier um einen recht speziellen Fall handelt. Es geht um das, das Baby. Guten Tag. Was ist das? Mama! Uman! Zum Verwechseln ähnlich, nicht wahr? Und das Umfeld? Die Familie? Wie konnte sie uns das antun? Dieses Kind wird niemals mein Enkel sein. Super. Papa! Ja, genau. Er heißt Berjama, nicht Benjamin, Mama. Berjama. Das müsst ihr unbedingt ändern. Lamin wie der Vater von Uman, wie der Großvater von Uman und wie der Urgroßvater von Uman. Das ist Tradition. Das ist Tradition. Sally. Es ist gut gelaufen. Er ist so hübsch. Wie heißt er denn, Benjamin? Und ich bin nicht sein Kindermädchen. Ich bin doch auch kein Kindermädchen. Ich bin Kinderbetreuerin. Sie haben absolutes Vertrauen zu mir, aber ich habe kein Vertrauen zu Ihnen. Adoptiveltern verschleiern immer was aus Angst vor einer schlechten Beurteilung. Ich habe jahrelang auf dieses Kind gebracht und bei jedem Anruf gezittert. Wir können alle Kinder lieben, aber nicht für jedes beliebige Kind Eltern sein. Benjamal geht dir schlecht. Los, 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 los. Was gibt gar nicht los? Benjamal? Ja. Das sind wir. Konnte die Mama nicht kommen? Ich bin die Mama. Ach so, verstehe. Wer ist dann der Nächste? Das sind wir. Super. Untertitelung des ZDF, 2020